Ich sag's euch immer wieder, folgt mir, damit ihr nur die Dinge kauft, die wirklich gut sind, denn heute zeige ich euch die Top 10 Produkte, die meiner Meinung nach ihr Geld nicht wert sind. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird von A bis Z, ja Exposed ist ein bisschen negativ, aber ich habe Produkte rausgesucht, beziehungsweise aus der aussortierten Kiste entfernt, die es sogar wert sind, ein extra Video zu machen, weil sie für mich zumindest nicht funktioniert haben. Und ich hoffe, ihr habt darauf Lust, dass ich euch ein bisschen was zu den Produkten erzähle und ich hoffe, es geht euch gut und falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen aufheitern kann. Ganz, ganz wichtig zum Anfang. Sollten hier Produkte drin sein, die für euch funktionieren und ihr dafür euer Geld ausgegeben habt, nehmt es mir bitte nicht übel, wenn sie mir nicht gefallen. Ich freue mich wirklich über jedes einzelne Produkt, für das ihr Geld ausgebt, was für euch dann auch funktioniert. Das ist nämlich euer Geld und ich bin froh, wenn ihr das sinnvoll in Produkte investiert habt. Ich weiß, die ein oder andere Firma mag mich eh nicht mehr, deswegen... Schauen wir einfach mal, was die Zauberkiste so hergibt. Nummer 1 und das war für mich... Das ist nicht ganz so schlimm für mich gewesen, das hat für mich leider noch nicht funktioniert. Das ist die Nivea Sun UV Gesicht getönter Sonnenschutz BB, ebenmäßiges Hautbild. Lichtschutzfaktor 50, sehr hoch. Ihr seht es, die Verpackung ist noch fast voll. Das Problem damit war, dass A, die Farbe für mich nicht so gut funktioniert hat und das Problem, was ich mit der Textur hatte, ist, dass es halt wenig Pigment und viel Creme war. Und wenn ich sie so auf dem Handrücken verteile, dann ist es recht ebenmäßig. Das Problem, was ich habe, ich habe sehr viele Haare im Gesicht. Ich habe einen Bart und ich habe Augenbrauen und ich habe Wimpern. Und das war für mich nicht einfach, das Produkt zu benutzen, weil es... Anders. Wenn wir Sonnencreme auftragen, brauchen wir viel, sehr, sehr viel Sonnenschutz, damit wir den Sonnenschutz auch erreichen. Und dafür muss ich das Ganze mit meinen Händen verteilen. Ich kann aber eine BB-Creme nicht mit den Händen verteilen, weil ich einen Bart habe und das Ganze dann sehr unebenmäßig auf meiner Haut sitzt. Und dann ist das nächste Problem gewesen und das fängt schon so langsam an. Ich glaube, ihr könnt es jetzt nicht erkennen. Die Feuchtigkeit oder die Creme zieht ja in die Haut ein. Und was übrig bleibt, ist der Lichtschutzfaktor und das Farbpigment. Und das ist nicht möglich gewesen, das sehr ebenmäßig aufzutragen. Gerade wenn du die benötigte Menge auf dein Gesicht bringst, funktioniert das nicht. Vielleicht kann man das benutzen an den Beinen, wenn man da keine Haare hat. Freut mich. Naja, ich habe eine Jogginghose, meine Zauberschüchen. Ich habe Zauberschüchen. Das sind so kleine Zauberschüchen, da sehe ich immer aus in der Feen mit. Nein, Spaß beiseite. Also, für mich hat es leider gar nicht funktioniert. Ich glaube, für jemanden, der wirklich... Nee, das kann ich nicht empfehlen. Ich hätte jetzt gerade gesagt, für jemanden, der keinen Wert darauf legt, wirklich den Lichtschutzfaktor zu erreichen, aber dann kaufst du dir keinen Lichtschutzfaktor. Also für mich leider ein totaler Reinfall. Ich stehe ja so ein bisschen auf Kriegsfuß mit Hautpflegeprodukten, die sehr, sehr günstig sind. Weil ich der Meinung bin, oder weil ich weiß, ich weiß es, ich bin nicht nur der Meinung, ich weiß es, wie schwierig es ist, gute Inhaltsstoffe günstig anzubieten. Ich sitze ja gerade in der Entwicklung für viele, viele Produkte, die nichts mit Make-up zu tun haben und stelle immer wieder fest, wie schwierig es für mich als kleine Firma oder generell als Firma ist, gute Inhaltsstoffe oder cleanere Formulierungen zu entwickeln mit guten Inhaltsstoffen. Und deswegen stehe ich damit immer so ein bisschen auf Kriegsfuß. Und das ist die Vitamin-Shot-Maske von I am Biobase. Das ist eine Action-Marke gewesen, die gab es bei Action. Mir hat sie tatsache irgendwie gar nichts getan. Ich fand den Geruch schrecklich. Die riecht tatsache so ein bisschen wie Wandfarbe. Vielleicht ist sie aber auch umgekippt. Und sie hat sich einfach, ich habe sie nicht vertragen. Also meine Haut hat einfach super, super stark gebrannt. Und die war auch so ein bisschen schleimig. Und du hast sie auch sehr, sehr schwierig wieder abgekriegt. Und generell, ich weiß, dass manche verstehen das immer nicht, wenn ich das sage. Aber ich glaube, wenn ich die Wahl habe, das, nein, das hat meine Oma gesagt. Das hat eure Oma bestimmt auch mal gesagt. Wer billig kauft, kauft zweimal. Das stimmt nicht in allen Fällen, aber in einigen Fällen. Und das Ding hat vielleicht 1,99 Euro gekostet. Für 4 Euro, für 5 Euro kriege ich schon eine gute, gut formulierte Maske in der Drogerie. Und deswegen würde ich sowas immer nicht kaufen. Meistens kaufe ich die Sachen ja für ein Haul, um sie euch zu zeigen. Benutze sie dann ein, zwei Mal und dann weiß ich, dass es einfach nichts für mich ist. Deswegen, das war wirklich nicht das, was mir so gut getan hat. Mochte ich einfach nicht. Ist ja auch völlig in Ordnung. Ein Produkt, was ich liebe. Ich liebe es, liebe es, liebe es. Aber es macht mich so traurig. Und das ist das dritte Mal, wo es passiert ist. Das ist von Huda Beauty. Das sind diese Silk Skincare, wie heißen die? Lip Balms. Das sind Lip Balms von Huda Beauty. Die sind genial. Ich liebe die. Die sehen ein bisschen aus wie ein Gloss. Die fühlen sich toll an. Die machen die Lippen nicht trocken, wenn du es nicht benutzt. Sie sehen einfach sehr, sehr edel auf den Lippen aus. Sie sind sehr teuer. Hier ist aber auch ein bisschen was drin. Und sie halten auch eine ganze Weile von der Menge her. Was mir jetzt wirklich das dritte Mal in Folge passiert ist. Und ich dachte, okay, vielleicht ist der erste Batch einfach kaputt gegangen. Vielleicht war der zweite Batch irgendwie ein Montagsprodukt. Jetzt ist es auch beim dritten Mal passiert. Und für, ich glaube, 25 Euro kosten die Mäuse. Nein, nein. Mache ich nicht mehr. Das Ding ist, nach... Hier ist sogar schon Schimmel dran. Nach zwei, drei... Vielleicht nach einem Monat. Nach vier Wochen. Fängt das Produkt an, umzukippen. Und es wird sehr... Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Es ist schon schimmelig. Fängt es an, umzukippen und sauer zu werden. Und dann schmeckt es auch sauer. Und das darf nicht nach einem Monat passieren. Das Problem ist, ich weiß, das ist halt an den Lippen. Und du gehst dann wieder rein. Vielleicht müsste man es nochmal probieren, das auf die Hand zu machen erst. Oder auf eine Metallplatte noch steriler. Und dann erst auf die Lippen. Aber, wisst ihr, für 25 Euro möchte ich nicht unterwegs mir eine kleine Mischplatte mitnehmen. Und dann das Produkt auftragen. Deswegen dachte ich mir, okay, lieber nicht. Ich habe eine Alternative dafür mitgebracht. Kann man damit so ein bisschen vergleichen. Das ist dieses Youth Lip Serum von Catrice. Das kostet halt nur vier Euro. Und wenn das in einem Monat kippt, tut es mir nicht so weh wie 25 oder 27 Euro. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen tolles Produkt. Aber nicht für den Preis. Für das, was immer wieder passiert. Hier war ich sehr, sehr, sehr traurig. Denn das ist ein recht neues Produkt. Ich habe es leider gar nicht vertragen. Das war das Balea Vital Ceramide Serum. Regenerierend und Feuchtigkeit spendend mit Calcium, Hyaluronsäure und Sojaöl. Ich habe es bestimmt fünfmal probiert. Und bei einem Mal hat es funktioniert, als ich nichts anderes benutzt habe. Sobald ich irgendetwas drunter oder drüber gemacht habe, hat das Würstchen geschlagen wie eine kleine Wurstfabrik. Überall waren diese kleinen Pilling-Dinger. Und das heißt dann einfach, dass hier etwas drin ist, was sich nicht mit einem anderen Inhaltsstoff verbinden lässt. Aber auch da, ich will nicht nur ein Produkt benutzen, sondern ich will eine Skincare-Reihe haben. Und verschiedene Produkte layern, übereinander aufbauen. Und wenn ich ein Produkt habe für fünf Euro, was ist okay, ich aber nur das benutzen kann, dann muss das alles können. Und das kann es halt leider nicht. Und deswegen war es für mich leider nichts. Ich habe meine Mutter gefragt, ob sie es haben will. Sie wollte es auch nicht haben. Es ist halt sehr, sehr gut parfümiert. Vielleicht könnte man... Es riecht so ein bisschen wie Chanel Nummer 5. Es riecht eins zu eins wie Chanel Nummer 5. Weiß ich nicht. Vielleicht habt ihr damit Erfahrungen. Vielleicht habt ihr generelle Erfahrungen zu den Produkten. Dann schreibt sie unbedingt in die Kommentare. Als nächstes habe ich einen Concealer. Der ist zwar nicht Drogerie, aber für mich hat er gar nicht funktioniert. Das ist der Charlotte Tilbury Beautiful Skin Radiance Concealer. Erstmal, da war ein Pumpspit... Also da war so ein Stöpsel drin. Und der hat so viel Produkt abgemacht, dass nichts mehr rauskam. Du musstest wirklich rein, eins, rein, eins, rein, raus, rein, raus. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, bis du eine akzeptable, oder ich zumindest eine akzeptable Menge an Produkt auf meinen Augen hatte. Das hat mich genervt. Dann habe ich diesen Pumpspender natürlich abgemacht, weil ich ihn ja benutzen wollte. Daraufhin sieht das Ganze dann immer so aus. Also das ist ja dann absolut Produktverschwendung. Und dann hat mir die Formulierung tatsächlich aber nicht gefallen. Ich habe mir gedacht, dass das ein Radiant Concealer ist. Ich fand ihn nicht radiant genug. Ich fand ihn bei mir sehr, 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 sehr trocken. Er ist sehr schnell, weil er halt... Er ist sehr leicht formuliert worden, sodass er nicht so beschwert. Und dass er halt so ein bisschen Feuchtigkeit spenden sollte. Aber da muss man immer so einen kleinen Grad finden zwischen Feuchtigkeit spendend und super anfällig fürs Creasing. Hat mir persönlich leider gar nicht gefallen. Den kann ich so natürlich auch nicht mehr weitergeben. Ich hatte aber von Charlotte Tilbury zwei, drei Farben bekommen. Die habe ich in eine Verlosungskiste bekommen. Vielleicht haben einige die sogar schon Weihnachten von mir zugeschickt bekommen. TikTok made me buy it. Die La Roche-Posay-Reihe. Ich habe mir, als ich vor zwei Monaten in Karlsruhe war, für DM, glaube ich, einige La Roche-Posay-Produkte gekauft. Und einige mag ich wirklich sehr, 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 sehr gerne. Aber jetzt, wo ich weiß, dass ihr dieselben oder ähnlichen Formulierungen auch von L'Oreal bekommt... Ah, hier! Nein! Geil! Schaut mal! Das Ceramide-Serum. Nur das. Ich habe nichts anderes drauf gehabt. Seht ihr diese kleinen... Ah, jetzt sind sie weg. Wir machen es nochmal. Wir lassen das einziehen und dann zeige ich euch gleich diese kleinen Würstchen. Und brauche ich das nicht unbedingt. Ich habe mir aber dieses Effa-Klar gekauft, weil ich an manchen Stellen zu dem Zeitpunkt noch unreine Haut hatte. Und ich habe das benutzt. Und erst mal ist das sehr, sehr... Es riecht sehr, sehr säuerlich. Ich finde es extrem austrocknend. Klar, wahrscheinlich ist es gut, wenn du wirklich eine Akne hast, wenn du eine sehr fettige Haut hast. Das habe ich nicht meine eigene Doofheit. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass immer, wenn ich das benutzt habe, auf meinem Gesicht, ich an den Stellen extrem viele Unreinheiten bekommen habe, wo ich keine vorher hatte. Meistens habe ich ja hier, so in dem Badbereich, hier sehen wir zum Beispiel eins. Und die Stirn sieht meistens immer recht gut aus, aber ich trage das halt im Gesicht auf. Und dann habe ich die ganze Stirn voller Unterlagerungen gehabt und Pickelchen und so. Wie so Erdbeerhaut sah das aus und war halt leider, leider gar nichts für mich. Schade drum, weil es recht teuer war, das hier. Ich weiß, dass das viele, viele lieben. Und vielleicht habt ihr... Ich habe jetzt hier eine Farbe, die mir eh nicht gepasst hat. Eine Farbe habe ich noch da für, weiß ich nicht, in zehn Jahren noch mal ein Video. Habt ihr eine Idee, wie ich dieses Ding zum Laufen kriege? Das ist der Maybelline Perfector 4 in 1 Whipped Matte Makeup. Ich habe das Gefühl gehabt, dass das einfach ein bisschen zu... Es kam zum falschen Zeitpunkt raus, weil der Trend zu der Zeit einfach super, super glowy war. Jetzt kommt ja auf einmal wieder das Cloud Makeup. Was auch immer das Cloud Makeup sein soll. Vielleicht wäre es da besser gewesen. Es ist natürlich aber nichts für jede Haut und das muss ich auch ganz klar sagen. Nur weil es nichts für mich ist, heißt es nicht, dass es nichts für euch ist. Mir hat es leider gar nicht gefallen. Ich mochte die Farben nicht. Ich mochte die Textur nicht. Ich mochte auch nicht, wie es aussah. Dann gehe ich lieber auf das Magic Finish von Asam. Das funktioniert für mich wesentlich besser als das hier, weil das einfach... Es war pupstrocken. Es ist fast eingezogen auf meiner Hand und dann sollten sich gleich die Würstchen bilden. Ich habe noch zwei Foundations-Tatsache. Für das eine habe ich aber sogar einen Vorschlag, weil ich die Idee dahinter nicht schlecht finde. Und das ist auch von Maybelline. Das ist so verrückt, ne? Maybelline hat so tolle Foundations und dann für mich zumindest zwei ganz, ganz furchtbare. Die Green Edition. Ihr erinnert euch. Das ist... Eigentlich ist das Öl mit Farbe. Was mich, glaube ich, daran mehr gestört hat, war das Greenwashing da dran. Und das ist halt für mich nicht unbedingt das war, was ich brauche. Es ist ein recht trockenes Öl, aber es hat Farbe drin und es sieht auch gar nicht so schlecht aus, wenn man nur ganz, 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 ganz bisschen benutzt. Und ich glaube, dass das etwas sein kann, wenn ihr vielleicht im Sommer oder im Frühjahr eine sehr... Ihr dürft keine Haare an der Haut haben. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst sieht es komisch aus. Auf den Beinen vielleicht so ein bisschen die Beine einölen. Dann ist das alles ein bisschen gleichmäßiger. Oder auf den Armen oder so ein bisschen am Hals. Oder wenn es einfach ein sehr natürliches Make-up sein soll. Was ich da dann aber sagen muss, das finde ich dann schon wieder schwierig, Öl im Gesicht im Sommer, das kam ja so zum Spätsommer raus, ist schon sehr gefährlich. Weil die Sonne, du bist ja dann wie ein Brathähnchen in dieser... vorm Supermarkt. Muss nicht unbedingt sein. War für mich leider nichts. Vielleicht habt ihr damit eine Erfahrung gemacht, wofür man das benutzen könnte. Dann schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. So, jetzt bilden sich natürlich wieder keine Würstchen. Aber eben habt ihr vielleicht da so ein bisschen. Weiß nicht, ob ihr es erkennt. Aber es zieht so langsam ein und dann hinterlässt es halt diesen nicht so schönen Film. Alright, wir haben noch was anderes, Freunde. Weiß ich auch nicht, warum ich das immer noch nicht aussortiert habe. Weil das ist ja schon so uralt. Ich liebe Dior. Ich liebe die Haute Couture. Ich liebe deren Designs. Ich liebe die Brandgeschichte dahinter. Allerdings stehe ich mit einigen Produkten so ein bisschen auf Kriegsfuß. Make-up sind sie phänomenal. Teuer, aber gut. Das ist... Man darf halt auch nicht vergessen, alle Marken haben ihre Daseinsberechtigung, weil die Zielgruppen halt einfach sehr speziell sind. Das ist ein Cooling Hydrating Sorbet Eye Gel. Das habe ich ein paar Mal benutzt und jedes Mal dachte ich, meine Augen fallen ab. Ich habe irgendwas hier drin nicht vertragen. Den Applikator fand ich eigentlich okay dafür. Das hatte so ein flaches Füßchen. Du konntest das damit runtergeben. Okay, jetzt ist es auch schon... Es ist bestimmt schon viel... Ah, da kommt was. Es ist extrem stark parfümiert und das mag... Ich habe kein Problem mit Duftstoffen gar nicht. Ich liebe Duftstoffe, weil sie riechen halt gut und ich habe damit gerne Probleme. Aber an den Augen bin ich sehr, sehr empfindlich, was das angeht. Und irgendwas muss hier drin gewesen sein, dass meine Haut richtig, richtig gereizt wurde. Dafür war es für mich nichts. Ich bin eh nicht so der größte Fan von Augengelen, es sei denn, sie sind so ein bisschen Oil-infused. Also mit Öl vollgepackt, damit die Haut ein bisschen glatter wird. Ein weiteres Produkt, was ihr kennt, was aber für mich leider gar nicht funktioniert hat, war die Jean & Landon Pure-Reihe, die BB-Cream. Die Farbauswahl ist eine... Also, ich habe noch nie so etwas Schlimmes gesehen. Von Homer Simpson bis Marth Simpson ist alles mit dabei gewesen. Keine der Farben... Das ist gelb, das ist literally gelb. Wir wissen mittlerweile alle, wie schwierig es ist, die Drogerien davon zu überzeugen. Das heißt nicht, dass die Marken das sind. Aber wenn du dann schon nur drei Farben reinbringen kannst in die Drogerie oder vier oder online, dann mach bitte... Also, ich kenne niemanden in dem hellen Farbspektrum, der so gelb ist. Das ist einfach viel zu viel und das ist die Farbe Medium. Die andere war ja noch gelber. Für mich leider gar nichts. Des Weiteren fand ich auch hier so ein bisschen schwierig, dieses ohne Gedöns. Aber trotzdem ist Gedöns mit drin. War für mich leider nichts. Aber von der Marke, die Haarprodukte, mag ich zum Beispiel sehr, sehr, sehr gerne. Und zu guter Letzt etwas, was ich einmal benutzt habe und sofort entfernt habe, war das Nivea Sanfte Augen Make-Up Entferner. Mit Hyaluronsäure. 96% recycelte Flasche. Erstmal gut. Ich habe es benutzt und meine Augen sind ausgefallen. Ich mache das... Ich habe ja meine Microfiber Multitools. So, und manchmal will ich einfach schnell sein. Zwischen den Drehs und dann will ich nicht noch ein bisschen abwaschen und Double Cleansing hier. Nehme ich einfach ein Micellenwasser, mach das darauf. Zack, zack, zack. Ein bisschen Wasser. Weiter geht's. Nächstes Set. Nächste Szene gedreht. Dafür dachte ich, ist das ganz gut. Hat für mich gar nicht funktioniert. Meine Haut ist so rot geworden. Es hat so gebrannt. Und weiß ich nicht. War einfach absolut gar nicht meins. Ich glaube, was man mit so Augen Make-Up Entfernern gut machen kann. Vor allem, weil hier sanft drauf stand. Das war absolut gar nicht sanft bei mir. Finde ich es nicht in Ordnung gewesen. Für mich zumindest. Und für den Preis dann auch nicht. Der war zwar in dem Adventskalender mit drin. Aber einzeln kostet der auch schon so 4 Euro. Und das finde ich schon ein bisschen viel. Für ein paar kleine Micellen. Ich habe auch noch ein Aufgebraucht Video in petto. Mit Produkten. Wo ich nicht ganz so viel sage, warum sie mir nicht gefallen haben. Sondern einfach, was ich aufgebraucht habe. Weil das meistens, die meisten Sachen, die ich wirklich aufbrauche, auch Produkte sind, die mir gut gefallen haben. Wenn ihr das sehen wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Oder lasst es mir mit einem Daumen nach oben hier auf dem Video kenntlich machen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, ihr süßen Mäuse. Passt auf euch auf. Fühlt euch geküsst. Bis zum nächsten Mal.